Endlich kommt der Fortschritt. Die ehemaligen Besatzer haben ein wunderschönes Inselreich irgendwo mitten im Pazifik an seine Ureinwohner, oder was von ihnen rund 200 Jahre nach James Cook noch übrig ist, zurückgegeben. Nun, da das Joch des Kolonialismus abgeschüttelt worden ist, kann endlich Demokratie und Modernisierung Einzug halten. Der erste charismatische Präsident des Archipels ist sehr um den Aufschwung der Region besorgt, und wir können ihm dabei behilflich sein. Willkommen im Paradies Die ehemalige Kolonialmacht hat das Weite gesucht. Sehr zum Wohle des Volkes regiert nun endlich unser geliebter Präsidente das Land. Allerdings mangelt es, beziehungsweise möchte unser wundervoller Präsidente seine Bürger besser versorgen. Damit noch mehr Wachstum und Wohlstand in unserem schönen Inselreich Einzug hält, muss die Transportinfrastruktur wieder aufgebaut werden. Die ist von unseren ehemaligen Besatzen in den letzten Jahren nämlich stark vernachlässigt worden. Für unsere Dienste wird uns unser perfekter Präsidente reich beschenken. Wir dürfen unseren Kopf behalten. Unser famoser Präsidente wünscht sich von ganzem Herzen eine Bahnlinie und eine eigene Fluggesellschaft. Das gibt viel zu tun. Wir müssen beide Flughäfen betriebsbereit machen und wir benötigen ein Flugzeug. Die alte Eisenbahnstrecke ist zerfallen und muss wieder aufgebaut werden. Von der Lokomotive und den Waggons fehlt jede Spur. Zudem steht uns aktuell lediglich ein Frachtschiff sowie eine Handvoll klappriger LKWs und Busse zur Verfügung. Hören wir uns bei der Bevölkerung um und finden heraus, ob uns irgendjemand gegen entsprechende Leistung helfen kann. Unsere Straßen sind in einem schrecklichen Zustand. Damit das ständige Holter-die-Polter endlich aufhört, müssen sie unbedingt erneuert werden. Für gute Straßen genügen Steine nicht. Wenn wir Stein und Schlacke liefern, helfen sie uns im Gegenzug, asphaltierte Straßen zu bauen. Wir haben den Zug ausfindig gemacht. Zumindest das, was davon übrig ist. Köchin Rosie hat die Waggons zur Erweiterung ihrer Snackbar zweckentfremdet. Die Lokomotive dient als Ausstellungsstück und soll Kunden anlocken. Was für ein trauriges Schicksal für so eine altehrwürdige Maschine. Wenn wir für genügend Kundschaft sorgen, dann kann sich Rosie einen richtigen Neubau leisten und überlässt uns dafür die Waggons. Die Lokomotive bekommen wir auch wieder, wenn wir versprechen, sie regelmäßig einzusetzen und auf jeder Fahrt mindestens einmal Roses Werbeslogan aus dem Fenster zu schreien. Der Farmer Rick besitzt noch ein altes Flugzeug zur Schädlingsbekämpfung. Da er mittlerweile vom Getreideanbau auf Rinderzucht umgestiegen ist, wäre er gewillt, uns die Maschine abzutreten. Im Gegenzug verlangt er aber, dass wir sein Geschäft ein wenig ankurbeln. Unser prachtvoller Präsidente fiebert schon ganz aufgeregt der Eröffnung der neuen Bahnlinie entgegen, die wir zu seinen Ehren natürlich nach ihm selbst benennen werden. Der Architekt, der die Bahnhöfe entworfen hat, ist aktuell nicht auffindbar. Angeblich hat er seinen Beruf an den Nagel gehängt. Fragen wir doch seine ehemaligen Kollegen im Architekturbüro. Die Architekten wissen auch nicht, wohin ihr Kollege verschwunden ist. Allerdings soll er einen Neffen haben. Statten wir ihm doch einen Besuch ab. Wieder kein Erfolg. Alles, was uns der Neffe geben konnte, war ein mysteriöser Abschiedsbrief. Meine Lieben, seit ich diesen Bahnhof gebaut habe, herrscht mir hier allzu viel Verkehr. Welch Monstrum habe ich geschaffen? Vergebt mir, dass ich euch verlasse. Ihr findet mich dort, wo kaum je ein Zug hingelangt. Es sei denn, er könnte schwimmen. Unglaublich! Wir haben den Architekten gefunden. Und wir wissen jetzt auch, in welchem Keller die Pläne für die Bahnhofsgebäude herumliegen. Wir mussten ihm nur versprechen, keine schwimmenden Züge zu bauen. Um die Fluglinie für unseren grandiosen Präsidenten einzurichten, brauchen wir nicht nur ein Flugzeug, sondern auch zwei vorzeigbare Flughäfen. Um den Flughafen wieder betriebsbereit zu machen, brauchen wir die Hilfe der lokalen Bevölkerung. Wenn wir Baumaterial in die Stadt liefern, werden uns die Einwohner eine Landepiste ins Gras trampeln. Unsere Inselwelt mag wunderschön sein, aber das Wetter ist oft sehr hässlich. Darum sinken leider auch ab und an Frachtschiffe vor der Küste. Das eine oder andere ließe sich sicher bergen und reparieren. Für eine derartige Aktion benötigen wir allerdings Schwimmpontons. Erfreulicherweise haben uns unsere Kolonialherren ein hochmodernes Chemiewerk hinterlassen, das uns mit Kunststoff versorgen könnte. Die Betreiber des Chemiewerks werden uns mit Schwimmpontons beliefern, wenn wir für sie Rohöl finden. Das ist allerdings ein teures Unterfangen. Für den Gleisbau benötigen wir Stahl. Dumm nur, dass wir keinen haben. Das Stahlwerk könnte uns vielleicht behilflich sein. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Wenn wir ihnen helfen, Stahl zu produzieren, stellen sie für uns künftig Schienen her.